Liebe Zuschauer, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Bananeninsel. Ich befinde mich momentan hier in der Hauptstadt Santa Cruz. Ziemlich belebt hier, wie ihr hier hören könnt. Hier ist die Hauptstraße, Einfahrt Richtung Stadt. Hier ist der Hafen. Ihr seht hier mein Schiff 4 liegen. Es ist nicht mein Schiff, es ist das Schiff, mein Schiff Nummer 4 von der TUI-Gesellschaft. Und dahinter liegt noch ein kleineres Kreuzfahrtschiff. Hier ist der Strand. Ein paar Leute sind im Wasser baden. Es sind milde Temperaturen, blauer Himmel. Ja, da schwimmt einer richtig weit raus. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen joggen. Hier ist so eine schöne Joggingrunde hier an der Promenade entlang. Wir werden einen kleinen Abstecher hier zum Strand machen. Ich werde euch alles zeigen. Viel Freude bei diesem Video. Liebe Zuschauer. 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 Liebe Zuschauer.